Bist du ein Erfolgs-Junkie? Einer der, was sich zu 100% über den Erfolg definiert? Der, was nur gut drauf ist, wenn er erfolgreich ist? Ein bisschen fad ist es schon, gell? Nur um den Erfolg herum zu kreisen und sich nur damit zu beschäftigen. Dabei gibt es noch so viel mehr. Ich hätte einen Vorschlag für dich. Lerne dich selber kennen. Du hast ungeahnte Möglichkeiten, glauben wir es. Je mehr du dich mit dem beschäftigst, wer du bist, desto mehr ist Erfolg ein Nebenprodukt bei dir und du kriegst Erfolg ganz automatisch dazu. Du musst gar nicht mehr so viel machen für den Erfolg, wenn du dich mit dir selber beschäftigst. Das macht viel mehr Freude und viel mehr Spass und da kommt Energie und du wirst merken, jetzt bin ich einmal erfolgreich auch noch. Und das macht Spass. Wer steckt in dieser Haut? Wer ist das? Was macht er gern? Wo fühlt er sich wohl? Wo kommt Energie? Wo ist er besonders gut? Wo sind seine Talente und Fähigkeiten? Was macht ihm Freude? Und weißt du, was das Allerlässigste ist? Erfolg kommt dann ganz automatisch von selber dazu. Weil Erfolg ist immer eine Folge. Ja, von was? Genau. Erfolg ist eine Folge von dem, der du bist. Wenn du authentisch bist, wenn du das bist, wo du wirklich gut bist, wenn du das lebst, dann bist du ganz automatisch erfolgreich. Also beschäftigen wir uns mehr mit uns selber und der Erfolg kommt ganz automatisch dazu. In dem Sinn wünsche ich dir nicht, dass du erfolgreich bist, sondern dass du du selber bist.